Yo was geht meine lieben Soccer Junkies? Euer Anubis wieder hier. Viel Spaß beim Video. Ich hoffe ihr habt euren Spaß. Support ist kein Mord. Ab dafür. Unser Land alter. Unsere Hut. Newtown ist nicht uns. Auch jetzt kann Lied bei whose personal-en-und-und-un. Was handlest du eigentlich mehr unsere Hut Nuketan oder dox wir sind eine Zeit ran auf beiden immer raus. so so ich bin dem Fall und das ist ein Feichen direkt gekreist Baby gegner bei mir bitte sonst wo noch einer mit runter den bot der mir auch noch fast geholt weil der nepp kampfgarten hatte nix zum hier nicht gewonnen hat ich habe keine gegner in der nähe ich weiß aber dass irgend von da hinten aus gerade eben falsch schon runter kam einmal durch sein gesicht gezogen ich habe ihn da musst du dir angucken wie ich den geholt habe ich habe den so vernichteten mit der dings die eck gesleitet alter und dann habe ich berns ihm voll in diese face gegeben hat ich habe noch gesagt dass von dahinten aus einer kam weisse und dann kommt er tatsächlich wie aus als wäre ein bogen gelaufen darum bei dem heli kann den ich sehen würde da hinten ist mit fetten dich noch am haus die die haben wir gesendwits ab normal heißt schön dass du wieder hier bist zum zweiten mal heute ich hoffe das kümler besser als heute mittag bei mir in der buddhist ist so heiß ne und eigentlich ist die bude hier und ich wurde unter dem fenster das unter dem dach wie viele quadratmeter sind das 0,2 warte ich guck noch im wink ja erich hier hab ihn Ja. 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 Das ist doch gut. Wann pick man? Das ist ein bot. der war will war einfach noch kacke der dachte ich verlost kannst du kannst der heilung ansetzen hast du zufällig eine 7er munition ich habe 7,62 er geht vorbei jawohl eine arke kann es ja von mir aus auch noch haben nehme ich die russ hier die ist mir sowieso lieber wolltest du selbst die muni hier nicht haben da bin ich nur mal 7er munition liegen lassen wohnen nächsten blutkopf zurück schwarzer nicht nur fett genug 82 kilo guck ich habe hier die artikel kann es so können wir haben ne das habe ich die russ also wenn sie neuner munition nicht ich habe die du warst so bad news alter hier hier und du kannst muss im haus oder am haus spot spot zwei bots katz 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 ne ich fahr mit perfekt gelandet links von uns wird richtig geballert alter verlass lieber an die saunen wir haben nämlich zu wenig zeit ich glaube wir haben zwei von ihnen getroffen ja ich habe es gesehen so viel zu langweilig hinter uns am auto hatte ich vor geht nach hinten da unten hinter uns ist noch einer wir gegen ich habe einen hier hast du den anderen quickscope aber kommen die nächsten hier hinten sind nochmal gegner hier irgendwo war gerade was hier hinten und dann ab in die saunen hier 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 mit und sie haben geblieben abgebildet spazieren mann um viel mit und und beide hatten keine 5 Uhr so wie ich das gesehen habe Ich gehe dann auf die Beobachtung. Scannen den Nerd. Der ist hier unten irgendwo. Warte, dass du da bist? Oh, da. Soll ich scannen? Ja. So, hier ist keiner. Der ist bestimmt drunter. Don't. Soll ich das? Zu viel nicht. Ach, Schmutz. Ich brauche nur die weiße Muni. Ich hätte das Problem, wenn du zwei Munitionsarten hast. Ach, scheiße. Ich bin runtergejumpt. Warte, ich komme hoch. Warte, wissen wir gleich. Hier bei mir. Ich habe ihn. Komm, komm, komm. Ja. Da hat sich ein Team den Tank gekrallt. Nehmen wir das Loot. Ich kann gleich wieder scannen, dann wissen wir wo die sind. Vielleicht sind sie dahinten zum Tank. Ich habe den Tank gekrallt. Ich habe ihn gesehen, weg hier, weg hier. Ich gehe runter. Geht ihr den Tank holen? Ja, geh den holen. Ich habe wieder einen. Ich kann jetzt gegen die anderen Tank kämpfen. Wurde er ausgestiegen aus dem Tank? Willst du ihn einsteigen? Nein, ich versuche ihn von oben abzufucken. Er hat eine Rakete schon ausgestiegen. Er ist gut. Ich habe ihn gesagt, muss ich sie hochziehen. Du musst ihn so ziehen. Eine Runde. Und die ist so? Hab wir genockt? Scheißes Choke! Bin fast genockt Hab ihn! Was? Ehre! Alter was? So, nebenbei hab ich noch ne kleine Ankündigung zu machen Und zwar wird es in Zukunft nur noch so sein, dass ich Videos aus dem Livestream heraus capture Weil ich merk, es läuft doch im Livestream, im Großen und Ganzen Und nebenbei Warum nicht auch diese geilen Runden Eben halt Dann für euch auf Youtube bringen Warum sollte ich denn Doppelt gemoppelt aufnehmen, ist halt Eigentlich Quatsch Deswegen, also in Zukunft We Talk Stories Wie eben halt auch Später Gameplays kommen aus dem Livestream Ich hoffe euch gefällt es trotzdem Vielleicht wenn ich Bock hab Hin und wieder mal ein Video was ich so Aufgenommen habt, soll sie hier auch für euch lohnen Und wenn ihr dauerhaft hier am Start seid Deswegen, danke fürs Zuschauen Ciao, ich bin raus!